Geister, ich bin so ein krasser Zauberer, dass ich die Geister darauf geschworen habe. Wenn ihr nicht darauf klarkommt, also wenn ihr nicht versteht, was wir meinen. Wir verweisen auf den Haider und auf das schlimme Schicksal von Sarah, irgendwas. Sarah Desirée oder so? Desirée oder? Keine Ahnung. Ja, Sarah Desirée. Die Arme, die wird... Sogar die wird von Geistern heimgesucht. Nicht nur die anderen, sondern auch jetzt die. Ich glaube, was sind die Prankbros? Weiß Gott, sind alle von Geistern heimgesucht worden. Jetzt auch noch Sarah Desirée. Vor allem, man kann diesen Geister noch sehen in einer Minute. Ab Minute sieben sieht man den so ganz kurz in einem Fenster. Leute, es gibt Beweise, es gibt Blutergüsse, es gibt flackernde Lichterketten und so PNG-Geister auf Spiegelfolie. Krass, Leute! Ich hab schon Angst, ich hab schon eine Gänsehaut, ey. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir morgen S gucken, ey. Nein, wir werden es nicht überleben. Wir werden sterben. Wir werden... Der Kinderklau, wenn wir das umbringen. Oh mein Gott! Leute, kennt ihr das? Wenn... 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 Weil früher hab ich mich über Geister lustig gemacht. Aber jetzt, wo ich die Beweise gesehen hab... Alter, die Leute, die sich darüber lustig machen, die sterben als erstes. Das weiß doch jeder. Ich werde nicht sterben, Leute. Äh... Ich geh drauf. Ich geh drauf. Ich werd's immer drauf gehen. Nein, falsche Richtung. Das war das letzte Video mit mir übrigens, ne? Ankündigung. Ähm... Ich muss wieder reinkommen. Ah, Mensch, Mario. Was? Ah, ist deine Schuld. Ich bin an der Wand in die falsche Richtung gefahren. Ja, sieht man davon. Ja, du. Jo. Ich wollt' nicht. Geh ihn weg! Nein! Ich wusste nicht, dass du da bist. Ja, ich hab' weh. Ich hab' auch nicht wirklich gut gezielt. Scheiße! Okay, den hätten wir haben können. Und wir haben uns da... Richtig gut ausgetrickst, ey. Wir haben gut im Team zusammengespielt. Ja, ich hab' damit auch überhaupt nicht dachte, so er wird kriegst jetzt und dann haben wir aber... quasi so ein Pass gemacht, ne? Ja. All die Geister schuld. Ha, das war ja ein Tag. Ich hab's grad gesehen, der Leute, Leute, die hat's grad gesehen. Ähm, Geister. Nein! Nein! Ich muss... Nein! Nein! Ich komm' nicht zu mehr ab! Was hast du denn? Ich war auf'n Kopf! Warum ist der... Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf! Warte! Ich... ich... Kommte da nicht weg! Alter, da zerstör' ich noch einen! Okay, ich geh' jetzt auf. Der schlechteste Anfang ever in Rocket League! Das ist echt so verhindert grade! Als die Geister, weil wir grad, äh, über Geister wir jetzt haben. Oh Gott! Leute! Ich mein', ist alles confirmed, ne? Alter! Was? Nein! Was ist das denn, Alex? Nein! Ich nicht! Nein! Deiner! Nein! Ich bin nicht reingekommen! Ja, super! 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 Ey, schreib doch mal in den Kommentar, wer gerne mal ein extra Team-Metlein will! Schnauze! Unterschreibt der Kaffee in der Play! Halt die Fresse! Ey, Scheiße! Hahaha! Hang' du mal bitte an, Well! Komm' zu playen! Alter! Was! Bist du auch da? Ja, bin ich! es ist ein Parallel zum Baderflug fahren ja ich glaub ich kann mich mal eben so früher konntest du das du hast sogar allein gegen zwei Gegner gespielt während ich grad meinen Controller wechseln äh nochmal versucht hab zu spielen starten ich glaub schon ein Tor ja schön starker Auftritt ja hab ich auch grad bekommen oh man ich versuch's nochmal ja ich fahr zum Tor oder halt auch nicht so wirklich locken ähm ja ne ne ich hab halt jetzt keinen Boost das könnte böse ändern das war gut war gut warte ah ne das ist das ist jetzt musst du dranbleiben und mittig halbwegs ja das war ja das war mein halbwegs fuck ich hab nicht gesehen dass der von hinten an gerast kam auch nach vorne da wird ein bisschen gestoppt wisst das war nicht geplant aber das war geplant aber das war geplant was um was zu reißen komm schon komm schon ja schon wieder starker Auftritt wo darfst du bitte hin ich hatte keinen Boost und ich dachte so ok komm das krieg ich jetzt hin ja ich bin zu früh gefahren ich hab ja den Tor ja du 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 oh man ey das ist ne Folge ziemlich geisterhaft oh aber am besten waren echt die Leute den Konten also das beste war einfach die Kommentare zu diesem Video die waren echt arme jetzt werdet ihr auch heimgesucht man hat ja voll gesehen dass er aufs der Spiegel gefunden diesen Geist der Heiter leider auch nicht mehr nein 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 der scheiße der war ah trotzdem trotzdem gut ich hab den Blöd am Anfang genommen oh das war stark das war stark schade mit sich mit sich mit sich mit sich mit sich deiner schön ah jetzt kommen wir langsam wieder rein ja ich will noch nicht zu viel sagen aber so langsam ja ich muss wir haben ja wieder zwei Wochen oder länger nicht mehr über zwei Wochen nicht mehr gespielt ja vier Wochen oder sowas 4 Wochen achso ja dann musst du auch durchziehen da darfst du nicht stehen bleiben Das ist es nicht gut Das ist nicht gut Hey Pipi Langstumpf, nanananana Wollt den grad noch hinten irgendwie verlängern? Verlängern, den kriegen den nicht, den kriegen den nicht! Ah, Chris! Ja, ich hab den, äh, weggestoßen Ähm Chris! Äh Nein! Nein, 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 ich hab, ähm Ja, das war mein Fehler Das war mein Fehler Äh, ich Ja Auch wenn wir es zusammen fangen, machen wir auch hier wieder mal einen Fehler Alles abgesehen von den normalen Anfangsfehlern Ja, aber auch jetzt grad Also Nein! Nochmal rückwärts Du musst dann irgendwie so wegkicken, sonst hätten die den sofort bekommen Ja, Fehler vorne zu dem Ja, ich komm nicht, ohne Boost Äh, zerstört Mist Ja, warte, warte, warte Sorry, sorry Jetzt, ich nimm grad dein Part von Kacke sein Ähm Nein! Fahr du, Fahr du, Fahr du Nein! Nein! Nicht wieder zurück! Nein! Nein! Alter, wieso kannst du das? Alter, wieso kannst du das? Ja Ich sag einfach gar nichts Ja, ich mach, ich krieg den schon Oh ne, du kriegst den Okay, geil, danke Ey Alter, wie die Absprache ist echt aufweitet Kacke Okay, wir müssen so fest Oh, Mann Die drei Tore von uns waren aber verdient Du fährst Aber die Tore von denen waren einfach eigentlich sowas von Ähm Ja, sie waren verdient, weil wir so kacke waren Oh, mein Gott Oh, mein Gott Nein Es ist noch ein viertes Tor drin Nein 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 Nochmal, nochmal, nochmal Nein, nicht gegen die, nein Nein, nicht gegen die, aber Dachausatz in Kienseelschuppen bekommen Uh Neue Spiel suchen Übrigens, das hier ist Rang, ne Naja der Sorge wieder verloren sein müssen Katzen wir auf den Kurs ab dem Sonnen das ist ein großes Update und das unter anderem 2 7 Gehort das ist auch was in der Landwirtschaft von 2.7 Gehort und ihm das ist okay Tokio mit Prozent vorhört müssen was so japanisch koreanisch ich gehe auf die Reise auf die Baume Nein. Okay. Ich geh ins Tor. Ähm. Ich will den immer nicht immer so seitig. Hab ich ihn ab und zu treffe ich ihn dann gar nicht. Ah kacke. Ich hasse es den Ball zu fangen. In der Wand zu zu failen. Ich bin jetzt erst wieder da. Ah fuck. Ich war ein Pressball. Alter ich spiel die grad zu. Fast schon aus. Hass. Also ich spiel die so bisschen äh. Nein. Boah. Scheiße. Die sind auf jeden Fall kackt die Gegner. Ey. Sag das mal nicht zu früh. Ja. Ein bisschen zu stark. Vorgespielt. Nochmal Mitte. Der kommt gut. Ich versuch es noch. Nein 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 nein. Nach hinten. Nach hinten. Nach hinten. Nach hinten. Nein. Um. Ähm. Ah nein nein. Fuck. Ich glaub das haben wir uns zum Teil auch selber zu verdanken gerade. Hätten wir besser wägeln können. Ja ich bin. Ja ich bin. Äh. Ja wir hätten grad eben mehr Druck aufs Tor machen müssen. Ja das heißt wir haben besser verwerten müssen. Äh. Ich fahr. Ja. Warte. Ah scheiße. Ist der falscher winkel. Wir müssen die absprache besser machen. Wenn man sieht dass da einer von uns gerade hingeht müssen wir aufhören. Dürfen wir nicht einfach. Äh. Das hab ich nämlich grad eben paar mal gemacht diesen Fehler. Da ähm. Ähm. Hättest du euch was sagen sollen dass ich grad ne beste Chance hab. Ich könnte bereit stehen. Ähm. Natürlich um daneben zu springen. Schön. Juhu. 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 Ja nene. Juhu. Oh Gott. Ich wusste nicht dass er den Pfosten erwischt. Komm ich nicht ran. Wow. Ich hab ne Beine nach reingemacht. Ich auch. Ich auch. Ich spiele ihn da vorne. Mist. Nein. Gut gemacht. Ich nehme ihn nicht. Kein Boost. Ach, kacke. Du, deiner, 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 deiner. Ja. Gut. Ich musste ein bisschen abwarten, weil die direkt am Ball waren. Da konnte ich jetzt nichts vorbrechen. Und da kommt er und mach das Ding rein. Schön. Aber echt, die Sprünge nach oben, die muss ich wieder üben. Also diese senkrechten Sprünge nach oben, das kann ich überhaupt nicht gut. Das ist echt meine Schwäche im Spiel. Ich? Ja. Der kommt gut, der kommt gut. Ah, schade. Ja, nee, nee, das habe ich schon voll. Ja, das sieht jetzt auch besser aus. Perspektive macht den Unterschied. Aha. Probier die Vorrückziehe immer zu machen, aber... Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh, einfach wieder da. Ja, danke. Ey, das war mein Tor. Ja, und meine Vorlage. Warte, warte, warte. Wie war das mein Tor? Guck mal. So war das mein Tor. What the fuck? Ich war's doch schon aus dem Spiel raus, in dem Moment, aber egal. Ja, ich war ja netzig. Ich mag den ersten Ballkontakt. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Schöner. Nein. Na, du müde. Übergespielt. So, wir sollen es jetzt nicht in alle anderen sein. Runterspielt. Wir sollen schon weiter drucken, dass wir jetzt noch ein Tor in unserer Kasse haben und kein für das Gegentor reingedrückt bekommen. Spiel auf dich. Ball auf dich. Hä? Ich übernehme, weil ich jetzt so kurz zurückgeflogen bin. Na, ich wollte eigentlich übernehmen, aber Kobra übernehmen sie. Warum gehst du dann nicht weiter drauf gehen? Ich hab gerade gesagt, Kobra übernehmen sie. Ja, das hat mich mal gehört. Ich nenne mich ja nicht Kobra, du kennst doch die Serie nicht. Der eine hat doch, der hat ja nicht so einen Schlangenmutz, also erinnert dieser Kek. Das kann sein, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe auch nicht richtig drauf gebasiert. Kommt, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Das meine ich, die Gegner sind Kacke. Eigentlich müssen wir viel höher stehen. Wir machen aber selber grobe Schnitzer. Wir waren auch nicht gerade die Besten wollen in der Runde. Ja, weil wir schon lange nicht mehr gespielt haben. Da haben wir auch gesagt, dass wir Kacke gespielt haben. Bei uns aber dann, so ein bisschen hatten wir uns echt gebessert und dann hatten wir wieder Kacke gemacht. Also ich. Aber was hast du Kacke gemacht? Dann haben wir die Kacke gemacht. Alter, hätte ich Buß gehabt. Ich hätte nicht zu haben müssen. Ich hatte kein Buß, ich hatte nichts. Und ich hätte nie gewährt, dass die so Kacke spielen. Die schaffen es immer wieder, mich zu überraschen. Und da machen die sowas, ne? Die ganze Zeit gegen uns so gute Vorlagen. Ja, das war mein Fehler. Und zwar da. Wollte eigentlich weiter wegkicken. Oh oh, oh oh. Kriegst du den noch weg? Okay. Schnell. Ich dachte gerade ganz einfach so, nein, keine Pfannikerhund. Ja, 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 ja. Die Forest. Die Forest kommt auch bald ein neues Display dazu. Schaffst du es eigentlich bis morgen die Folge zu rendern? Diese hier? Ja. Ja, okay. Dann, wenn die morgen kommt. Allerdings wollte ich in einer Aufnahme noch Werbung machen dafür. Ich kriege jetzt wahrscheinlich keinen Werbetrailer geschnitten. Aber vielleicht gibt es jemanden. Nein, aber wir machen nur so eine Ankündigung, dass das ein Werbetrailer zu Forest kommt. Eine Ankündigung für den Werbetrailer. Okay. Warum geht eigentlich keiner? Keiner ist zum Beispiel gesprungen. Ich tue mal, dass es nicht AFK wäre. Ich dachte so, aber wo ist denn der Typ? Ist das hier noch Testspiel? Weil keiner zu dem Ball hin gefahren ist. Ah, es ist leck, es ist leck, es ist leck. Gut ist das? Jetzt. Du, 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 deiner, 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 das. Fast doch wunderbar. Ich habe den Eindruck bis hin gestoppt. Wo? Könnte ich schon aus Schrauben wegdrehen. Hoxi. Nein. Zu früh. Äh. Wird doch zu spät. Das war... Ja. Der Plan von mir. Siehst du, was für eine geile Chance wir haben? Ah, grüß, grüß, grüß. Ah, ey. Der hat mich weggeschubst. Der hat mich weggeschubst. Der fiese Map. Der fiese Map. Sag mal, du hättest fahren können. Ja. Ah, schade. Fahr weiter mit dem Thor-Clown. Der hätt ich schon geschubst und jetzt fällst du mir noch in den Rücken. Also jetzt erst mal, um zurückzukommen zu der Ankündigung für den Werbetrailer. Ich hab's mir eigentlich so vorgestellt, dass ich mit dem Spiel sagen werde, wir sehen uns nach der Werbung, also wir sehen uns nach der kurzen Werbung. Hier gibt es ein paar Ausschnitte zum nächsten Let's Play von uns. So in der Art wollte ich das gerade bringen. Das Problem war... Ja, so ähnlich. Das Problem war allerdings, dadurch, dass du mit dem Modellier angefangen hast, hast du mir den Einstieg dafür versaut. Wo soll ich das denn wissen, da muss ich schon wieder absprechen. Aber mit Absprachen geht's grad nicht so gut. Alter, wir Skript noch extra unsere Let's Face und dann darf nur solche Fehler nicht passieren. Ähm, was war das denn jetzt? Eine Brücke für dich, damit der Zorn kommt und du den Ball wegkriegst. Ja klar. Damit genau das hier passiert, das war alles geplant. Wie du sagst, es war geskriptet. Wir skripten dafür. Hey, Errungenschaft, äh, Errungenschaft, Falkstein, starker Auftritt. Mario, war stark. Ich wär mal ganz kurz dafür zu sagen, in der nächsten Rocket League Folge gibt es den Werbefeuerl. Und die kommt schon bald. Ja. Nächsten Samstag. Ja. Dann ist es sogar wirklich passend. Und die Folge ist ja ganz vorbei, ne? Kommt jetzt noch... Äh, Mario, ist bei dir das Spiel auch grad gefreezed? Nein. Bei mir ist das Spiel glaub ich abgestürzt, ich weiß nicht, es ist gefreezed. Ich kann mal neue Spielsuche machen. Nein, mach das nicht. Das Spiel ist bei mir gefreezed. Aber hier läuft eh ein Countdown ab. Ich geh ja von raus. Okay. Die Folge ist jetzt eh vorbei. Naja, wir haben jetzt 20... Ja doch, wir haben 20 Minuten, stimmt. Wir haben 3 Spiele. Jo. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit einer kleinen Werbeunterbrechung für... Der... Der Forest. Genau. Bis... Nächste Woche. Ciao. 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 Ja. Haushig kommt. obi hoch, 唉 rein. lata зд